Hallo Herr Viking und damit recht herzlich willkommen auf unserem Rostik-Kanal und zum kleinen Jörerspielchen. Heute spielt es aber die Best Blue, die Demo. Ich hoffe noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Ohne die es gar nicht macht von so einem Silverist vielen lieben Dank dafür. Jeder kennt diesen Sound. Ah ja, ich alle habe es. Ist von Anvil Engine gemacht. Ist von Steven Games, wo wir schon so einiges gespielt haben. Und heute geht es weiter. Ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß. Ich werde auf jeden Fall Spaß haben. Vielleicht kann ich die Sounden euch übertragen. Ist man also, wie ich gesagt habe, mit der Anvil Engine gemacht, wie alle Spiele. Wir schauen uns einfach mal rein. Play Limited Edition Demo. Hunger Level. Hier oben seht ihr hier den Kill Counter und der Hunger Level. Okay, eat everything you can. Oh, da war noch keiner. Stop, 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 stop. Oh, da. Hier. Hier. Oh, wir hängen fest. Oh, shit. No, 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 no. Komm weg. Go weg. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, no. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Dude, wie gehts. Woah. Ahahaha! Das sind so viele Schiffschwimmendran durch. Er hat ja einen Turbo drauf hier. Äh, ein bisschen mehr. Ein bisschen besser als die Lage. Wo die hin sind? Aber die Grabe ist natürlich mega, oder? Ah, ein Mist hier. Damn! Oh, da ist einer. Ah, krass, die beiden da her. Da komme ich nicht durch. Äh, einschleifen, ja. Wenn wir auftauchen, oder? Ja. Boah, die, die, die. Die Optik, ja. Also wenn man so als High unterwegs ist, macht schon Spaß. Nur es ist sehr, sehr schwierig, die Steuerung. Das sage ich euch. Wenn wir hier nur als High unterwegs sind, wenn wir da dran durch sind. Das gibt's doch nicht. Ich weiß halt, die Steuerung ist doch... Da war gerade einer. Wie ich vielleicht zoomen könnte, oder so. Oh ja, ich glaube, das ist Geschwindigkeit hier. Oh. Aaaah. Haaaa. Haaa. Ha, 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 ha. Dean recalled, wir haben gerade mal drei Stück hier gesnackt. Ja, guck her, ich schnack dich weg, ja. Ich meine, da sind noch so viele da am Strand und ich komm mit hin hier. Gibt's doch nicht hier. Wo seid ihr? Wo sind die ganzen Freischwimmer? Allein am weiten Strand. Oh, da schwimmt einer. Ja, komm her. Als Hai hat man's nicht einfach, das sag ich euch. Vor allem die Steuerung ist sehr, sehr schwierig. Das ist nicht crazy, oder? Auf so Ideen muss man erst mal kommen und dann auch noch so cool umsetzen, finde ich. Ist schon mega, ja. So als... Das macht einfach riesig Spaß, oder? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Leben als Hai so aussehen würde, oder? Man hat halt Hunger, wenn man so groß sei, hat man sowieso immer ein bisschen mehr Hunger. Oh, und der Hacker, das bedeutet ja mehr Essen vertragen hier. Oh, da findet da schon noch einer. Oh, komm ich hier auf. Oh, oh. Ich bin nicht gut, aber... Oh, ich wollte gerade ruhen. Also die Steuerung ist schon sehr eigenwillig, muss ich sagen. Unter Wasser. Oh, der Wasser sieht natürlich auch cool aus, ne? Schauen wir mal wieder auf hier. Und wo sind denn die ganzen Menschen hier? Wir haben Hunger. I'm hungry. Oh, wo sind die ganzen Leute hin, Leute? Gibt's ja nicht, oder? Oh, da war einer. Da war einer. Da sind ja hier. You are stuffed. What? Wir sind verhungert. Oh, what? Wir sind verhungert. Deepest Blue. Also wirklich ein krasses Spiegelchen. So ein kleines, feines Spiegelchen für zwischendurch, oder? Für den kleinen Hunger. Die Steuerung ist halt nicht einfach, ne? Da muss ich erstmal zurechtkommen. Spacepile, move forward. Maus access. Maus left button attack. Spacepile ist move forward. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Und jetzt mal frei. Aha, freischimmer gemacht. Alle Spaceballs. Gehen wir hier an den Strand ein bisschen rumlaufen. Mal abwarten hier. Ah, da geht es weiter hier. Wir hängen hier ein bisschen fest, ne? Hallo Herr Hai. Äh, ich zieh mich noch dazu, ist er richtig. Oh, ich... Oh, da war ein Elke. Oh, hier ist er aufgetaucht. Wait, wait, wait. Äh, aber ich lasse doch mein Hai hier nicht verhungern. Ah, no. Da ist... Jesus Christ. Es ist wirklich... Von der Steuerung her ist sehr, sehr... ...schwierig. Muss ich sagen. Es ist nicht einfach. Ja, wir schwimmen mal hier ab. Oh, da war noch einer. Ja, das beiß ich ja ernst. Legt weg, ja. Aber es macht richtig... ...spann. Aber schwimmen ist halt gefährlich, Leute. Ich sag's immer wieder, ja. Ah. Ah. Ah, Mann. Was kann man wieder runtertauben? Ah, Mann, ja. Jesus. Aber wir haben schon... ... sechs Leute haben wir schon abgeschlackt. Ja, gar nicht mal so schlecht, ne. Aber der ist halt für so'n großen Hai ja nichts, ne. Der hat ja noch ein bisschen mehr Hunger, ne. Aber hier scheint Ende zu sein. Mal ja mal weiter hier am Strand entlang schwimmen. Aber ihr könnt euch das ja gerne... Und auch mal probieren, ne. Ja, ein bisschen rumschwimmen am Strand hier. Wo wir lundersingen. Und einfach mal schauen, was alles so im Wasser rumkreucht und fleucht, ne. Ja, guck mal da nicht durch. 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 Ja, guck mal da nicht. Wo sind die ganzen Leute hin? Blöd, ich war Hunger gleich, wenn ich nicht mal etwas zum Snacken kriege hier. Hallo. Na, Dankeschön. Dankeschön. Wo ist die Snacks alle weg hier? Sieben haben wir jetzt schon mal gegessen. Ist ja doch nicht so eine große Ausbeute, ne. So ein weißen Hai, ne. Habt ihr eigentlich Angst vor so einem Hai? Oder überhaupt so vor dem Schwimmen oder so? Wart ihr schon mal am Strand? Ich noch nicht. Wo sind sie jetzt von alle? Mal hier ein bisschen Camper machen, ja. Äh, ich bin gleich am Verhungern hier. Blöde, mein Hai hat Hunger. Moment. Ah, weil mir schwimmen so viele. Snack, oh man. Ah, die Steuerung ist sehr, sehr schwierig. Was macht er denn? Taucht doch mal auf. So, ich schau doch mal was da, was der Hai abmacht. Äh, äh, er kriegt äh. Heichen. Heichen. Hai, hai Alarm. Hai Alarm. Hai Etang. Er ist ja schon ein bisschen doof, ne. Ja, da. Also die Steuerung ist sehr, sehr schwierig. Bei dem, den Hai zu steuern. Gerade so mit, äh, jetzt ist es wieder weg. Ich tat's noch mal. Aber es macht auf jeden Fall riesig viel Spaß. Und nochmal vielen Dank an Steven Game Studios. Er macht solche Spiele, die es einfach faszinierend finde ich. Das war die Demo von Deepest Blue. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt hier. Mit dem Heiß weg snacken hier. Die Sachen, die immer so im Wasser rumschwimmen. Wer Sorgen hat für ein bisschen Sauberkeit in den Meeren. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unseren Kanal. Bitte bewertet doch das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, falls ihr kein Abo habt. Köpfchen drücken. Press den Head-Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Passt auf euch auf. Schützt euch bitte. Bleibt sich gesund. Schönen Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen schon bei den Öffentlichen die Glocke zu Eurossi. Thank you. Goodbye. Stay healthy, my friends. And have a wonderful Christmas time. Goodbye. And have a good night. And viel Spaß beim Schwimmen.